Moin moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von One Piece Parrot Warriors Moin moin Cyber, heute der Schlüssel zur großen Flop. Ich mach Action, ich kann nur Sanchi spielen anscheinend, dann spiel ich Sanchi. Geschwindigkeitstyp, Kampfstil, Geschwindigkeitseigenschaften, starker Sprint, verbraucht weniger Aufbauer. Aha! Und es geht in uns! An dieser Stelle abonnieren, ich würd mich freuen. Abonnieren, du Sau! Sonst gumm gumm, fau sie in die Fritz. In dem Bisschen. Okay, der Erzähler. Swashy und seine Bande machten sich auf den Weg zum Goldregen-Casino. Oh, Casino, let's go! Bande machte ich, und rufi. Ich incubiere mich, dass Rufi mit der Krokodile geflogen wird. Aller fantastisch. Ich bin ein, ich bin ein Stuhlgelecht. Oh, das hebt nicht. Und wie geht's? Ich bin ein Stuhlgepel. Nochmal, wenn ich rauskiffen, nulgösen Acシä, nicht. Alle, du? dass der auch immer so direkt doppelt die gabe der koko da ist der präsident der ich mache meine leute so also Und dann ist er doof. Und dann gibt es noch mal dann, 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 dann gleich. Und? Miss Bloody Sunday. Vizepräsidentin der Baroquee-Firma. Oder Baroque. Barock. 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 Ist nicht Schmutz, wir machen den. Alles ist Schmutz. Wir haben sogar einen sprichenden Vogel, Liga. Eine Schnecke. Ja, die Schnecke ist wie der Telefon, wie Smartphone bei den Serien. Ich bin Mr. Prince. Sie nennt sich die Tele-Schnecke. Natürlich. Deswegen hat Spongebob auch eine. Er muss ja auch telefonieren. Nur, dass die Schnecke ein Haustier ist, aber okay. Wir haben die Antenne, die in den Wompi-Serien, die widerspiegeln, was der Sprecher, der gerade telefoniert, wie er so gerade guckt und fühlt und macht, damit der Zuhörer so einen Eindruck hat. Ist er jetzt verzweifelt? Ist er jetzt verzweifelt? Könnte er verzweifeln? Weiß ich nicht. Aber die Schnecke zeigt es dir. Oh Mann, der ist verzweifelt. So als Beispiel. Und du überspringst die Story um, oder was? Ja, weil die kenn ich doch schon. So. Also da sind wir alle Shoppers da hinten und ich bin auch da hinten und wir müssen alle da vorne hin. Da vorne sind sie alle. So, zum Siegen. Rette Ruffy and Kill. Verlieren. Tanschi wurde besiegt. Also wenn ich sterbe, ist vorbei. Verpasse die Barock-Firma eine Abreiber. So. Es wird verbunden. So. Sie können eintreten, Monsieur. Und ich werde währenddessen mal die Wachstum-Karte in Beschlag nehmen. Wir haben 37.000 Berries. Ja, dann holen wir uns doch mal. Ach, dafür brauchen wir die Münzen, um das freizuschalten. Ja. Ah, dann hole ich. Ich muss mal die Vision öfter mal spielen, damit wir alle Münzen raus bekommen. Okay, ich werde mir erst mal 50 Leben holen. Münzen und Barry zur Erhöhung des Leben ausgeben. Ja. So. Dann hole ich mir 5 Angriff. Ja. Dann hole ich mir 5 Verteidigungen. Ja. Ausdauer. Ausdauer ist nicht so wichtig. Nochmal 150. Ach, haben wir gar nicht die Münzen führen. Dann hole ich mir nochmal Angriff. Ja. So. Ja, okay. Und auf. So, mehr können wir uns nicht holen. Okay. Ja. Ich bin soweit fertig. Ich bin soweit fertig. Ich bin soweit fertig. Ich bin soweit fertig. Äh, das kann ich auch nochmal. Das war's. Nee, kann ich nicht mehr machen. Okay. 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 Ich setze die Segel. Alle Mann fetzhalten. Drücken sie ready. Du hast Fähigkeiten vergessen zu errüsten, ne? Ja, was soll ich noch ausrüsten? Ja. Ja. Fähigkeiten. Hier, guck mal. Zum Beispiel, ich hab Kopfgelder jetzt. Ich hab keine Fähigkeit. Ich hab keine. Ja, hier hast du doch gerade eben mit dem Geld freigeschalten, oder nicht? Nee, ich hab mich nur gebufft. 50 Leben mehr und so. Hä? Ja, da gibst du auch... Die Insel, du kannst die ja freischalten. Da ist so ein Ausrufezeichen. Die musst du einmal klicken. Weil die musst du eh alle einmal freischalten. Hä? Also ich hab zum Beispiel jetzt Kopfgelder. Hier wird dir eine geringe Chance daraus, dass der Gegner Beute mit Speri fallen lassen. Auf höhere Fähigkeiten wäre es nicht. Wahrscheinlich nicht. Hab ich nicht. Auf der Wachstumskarte hab ich nichts zum freischalten. Nein, hier bei Fähigkeiten auswählen. Hab ich nichts. Hab ich Strich. Minus. Ja, da musst du drauf klicken. Ja, Minus. Er macht... Er macht... Nee, 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 nee. Okay. Nee, nee, nee. Wenn du bei Wunschkarten gehst. Hier unten. Unten. Da wo steht Fähigkeiten. Einmal links. Da ist Verteidigung. Ausdauerleiste. Wo ist denn die Fähigkeiten? Moment. Gibt es nicht. Ich setz die Segel jetzt. Gibt's keine Fähigkeiten. Keine Fähigkeiten für den Hasen. Badam, badam. Gibt es nicht. 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 Bequery. Du hast noch nicht geüblich an. Bequery. Ja, bin ich. Bequery. Alles klar, ich bin bereit. Das ist mein Fuß, also dieser Sanchi, den mag ich auch noch nie so in der Serie und so, mit seinen Händen in den Füßen, äh, Händen in die Püße, ja genau. Wo ist der Kopf von dem? Ich räum hier ein bisschen auf. Das ist mein Fuß, also der Kopf von dem? Oh, das ist mein Fuß, also der Kopf von dem? Oh, das ist mein Fuß, also der Kopf von dem? Jetzt, alle auf einmal. Ich gehe nach oben, zu den Punkten. Du kannst ja unten machen. Ich habe fünf Tonnen. Du hast nachher sowieso angeblich wieder 5.000 Gegner. Ich hatte bei Zelda Warriors, hatte ich auch immer einen Lieblingscharakter, den mit der Feder. Ja, hier mein Lieblingscharakter ist der Smoker. Der Klublauf? Smoker! Der wohl ausgeliefert aus dem Füßen. Ich werde auch nicht weniger hier, ne? Ich werde auch nicht weniger hier, ne? Ich werde mit dem Rauch. So, wurde weniger. So, ich habe hier oben alle stikker. Ich werde mit dem Rauch. 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 Ja, ich weiß. Ich werde mit dem Rauch. Ich werde mit dem Rauch. Ich werde mit dem Rauch. Er wurde vor. Wir habeneulaw. Pudipi, 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 Pudipi Die kommen ja alle aus den Topstar rausgehörst Da ist der Boss, Kokodal Er rennt auf dich zu, geh in Deckung, Telva in Deckung Er rennt recht vor dir, er hat dich gesehen Und hat gesagt, so nech Aber da erzählt, wir sollen da hingehen, ohne dass er uns sieht Ich habe einen Nose Okodal beginnt, Mr. Pünz zu suchen Ok, ich glaube, der ist tot Wir kommen zum Gold Casino Ok, der Casino ist ja da Du hast jetzt 1000 Das war 1800 Das war es 8.2 Keine Schämt das Oh, wait, bitte Ihr habt doch dabei Der Wimt ja Ja, wir können uns heute Aber schaukeln Wetter zu werden Wir haben noch alles Wir haben die Musik Wir wissen das Wir müssen auch immer Wir werden Ich werde euch nicht im Stich lassen. Ich weiß nicht, was passiert. Ich muss mich auf dich warten. Du auf mich? Ja, das geht. Warte auf andere Spieler. Ah, gut. Ich bin Tdet, ich bin Tdet, ich bin Tdet! Ich bin Tdet! Ich bin Tdet! Ah, es ist noch ein Koronai, es geht hier lang. Jetzt mal los, du! Oder denn angeblich so viele Angestellten, ja. Aber wie viele Leute da da einmal sind! Komm! Oh nein, viel Spaß hier! Keine Ahnung. Ja, ist ein Schwach. Ja, den Schwach nicht. Ja, ist mein Werfenwege. Egal, ich mach ihn einfach tot. Ach, das stimmt. Das ist nicht so gut. Ach, der ist nicht so gut. Ach, der ist ein Wiener. wir machen wir jetzt wenn wir dir jetzt hat drei erst besiegt du warst aber auch schon fast so du hattest schon gute energie wafi es tut ich habe ganz vergeben dass er zwei hier gerettet hat Ja, habe ich doch vorhin schon gesagt. Er war mal Teil, war die ganze Zeit. Äh, guck, ich hab 3.300... Ich guck mal, du bist da. Ja, aber du arbeitest doch selber unten, was unten rechts stand. Wahrscheinlich ist das bei dir mit Mike zusammengerechnet. Wie viel hast du gehabt? Äh, 2.300 ungefähr. Olle, omae, kirain ja ne, na. Ja, du bist ja noch in die Story. Sag mir mal, was deine Punkte am Gegnerbesiegnis steht. So, bei mir steht... 3.300. Obwohl bei mir stand 2.300. Also wurden unsere addiert. Und du hattest nur 1.000. Also du hast 3.300. 74. Steht auch. Ja, zusammengerechnet. Aber trotzdem hatte ich mehr. Ja, schön für dich. Oh, alle kriegen Level 2. Ja. Ja, oh mein. Und ich habe... Leveln bedeutet einfach nur, du kriegst die Münzen von dem Charakter. Ja, 15 Stück. Ja, ich seh schon. Bei Level 3 gibt's 30. Naja, es gibt's auch eine Karte und einen Bonus da oben. Ja, die Bonus ist so, um die Spezialfähigkeit zu aktivieren. Dann auch so ganz viele Münzen gekriegt. Ja. Und 75.000... 100.000 Berries habe ich jetzt. 100.000? Ja, so 75.000 gab es. Und 100.000 habe ich insgesamt. Achso, ja, 100.000, ich habe 77.000. Ich habe mehr rausgegeben wie du. Ja, ich nicht. Ja, sieh mal 70. Also 75.000, also haben wir gleich viel gekriegt. Das Outfit Mr. Prince für Sanchi kann jetzt ausgewählt werden. Jetzt muss es so wieder rausgeflogen sein, ne, aus der Gruppe? Meine Damen und Herren, das war für heute One Piece Carrot Warriors. Wir sehen uns übermorgen wieder. Lass ein Abo da, ich würde mich freuen. Allein schon, weil ich das mit Cyber aushalte. Das ist schon allein ein Abo wert. Oh, wie fieser da. Ich geb da schon Mühe, was willst du? Du hast viel weniger Gegner. Du musst mehr Gegner wie ich auch. Nein, Spaß. Ja, ich nehme Rocky, dann mach ich mehr wie du, okay? Aha. Ja, das ist ein Wort. Also nächstes, ähm, übermorgen wieder einschalten, um herauszufinden, ob er sein Wort hält oder nicht. Hauste rein. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.